Hallöchen und herzlich willkommen zurück mit dem Barney. Barney, hallo, hallo Barney, hallo Barney. Kann ja nicht mit ihm sprechen, naja, okay. Und dem Energienübsel. Probieren wir mal. Probieren wir mal, was passiert. Zack! Ja, 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 Vorsicht. Das war's, erledigt. Sehr gut. Das erledigt auch den Unterdrücker auf dem Dach. Ist das so? Gut. Klingt gut. Ich hab aber irgendwie das Gefühl, das war's noch nicht. Ja. Wo sind die da? Der Barney zeigt uns, wo sie sind. Er geht einfach mal furchtlos vor. Ah, schön. Ich hab ihn doch ganz genau gehört, hier, Unterdrücker und so. Oh, wo ist das Ding hin? Ups. Das ist irgendwie in die Hose gegangen. Upsi. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ah, das hat viel zu sehr weh getan. Ah, das war nicht cool. Hier ist das Ding. Ja, ich komm gleich. Moment. Moment, ich brauch meine Pillen. Erst mal nachladen, sehr gut. Ja, mein Gott, dann geh halt vor. Wow. Sekunde. Jetzt renn da nicht schon wieder. Komm schon, Gordon. Es ist einfach, also. Es ist... Ham. Naja. Auf das Dach, Gordon. Ja, mein Gott. Geh halt. Geh da in die Mine. Genau, sehr gut. Oh, hat nicht gewirkt. Scheiße. Auf das Dach, Gordon. Alter. Alter. Dort ist das Tor. Musst es nur schnell aufmachen. Ja, mach halt. Das hättest du jetzt nicht vorher machen können, ne? Ich bleibe hier. Und halte diese Tore so lange offen wie nötig. Okay. Geh rauf und bring die Brücke rüber. Wir brauchen eine Möglichkeit Verstärkung von überall her. Ja. Wenn noch mehr Bürger durchkommen... Was ist los, ja? Ja, gut, cool, ja. Wir sehen uns demnächst, Gordon. Ciao. Der hat den Ochimove gemacht, habt ihr gesehen? Ja. Ja, sorry, Doktor. Ich versuch's ja. Was? Ach, das war eine Dings. Ich hab's doch... Ja eben, ich hab's doch ganz genau gehört. Hier war doch was. Wo? Wo ist es denn? Ja genau, zeig mir mal, wo das Ding ist. Na ja. Leute, bleibt hier. Ich bin jetzt auch ein bisschen übervorsichtig, weiß nicht. Was? Das hat nicht gewirkt. Nee, ich hab's nur wieder verschoben. Ah, sehr gut. Wollte ich schon sagen. Gemein. Die schießen da durch, ja? Geh mit deiner Birne mal weg. Immer noch nicht. Das ist Hammer. Hammer. Kann ich das Ding gar nicht wieder aufstellen? Wahrscheinlich eine schlechte Idee. Äh, ist kaputt. Oh, Leute. Geht mal nach da. Gut. Danke. Sehr gut. Ah, die Klappe. Äh. Äh, die sind... Es ist nicht so... Es ist nicht so leicht mit denen. Äh, man hat's nicht so leicht. Weichern. Weiter. Aha. Oh, ja. Oh, scheiße. Eieiei. Da ist mal wer... Da unten, ja. Aaaaaaah. Sieht jetzt gar nicht sooo schlimm aus. Ich dachte, jetzt hätte das mir wehgetan. Ich hatte da ein ganz mieses Gefühl. Ja. Danke für den... Tipp. Was ist das denn? Hm. Ich nehme mal das hier. So, genau so. Auch irgendwas am rumballern, was groß ist. Ja, ja. Ja, ja. Müssen wir, glaube ich, gleich mal ein bisschen aufräumen. Da fliegt doch irgendwas rum. Oh. Äh. Die sind aber inaktiv, oder? Oh, shit. Oh, ja. Oh, wir haben sogar. Das wird aber nicht reichen. Das wird aber nicht reichen. Okay. Speichern. Oh, Leute. Ihr wolltet ja unbedingt aufs Dach. Ich versuche einfach mal... Ja. Okay, okay, okay. Sieht gut aus. Schade. Wir brauchen... Wir brauchen... Wir brauchen eine Kiste. Eine Kiste mit Raketen. Ist völlig alternativlos. Wird's denn hier theoretisch... Aua, 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 aua. Wird's denn hier theoretisch weiter? Hm. Danke für den Follow. Komm, wir probieren's doch mal. Ja, gut. Das war ein Treffer. Irgendwas anderes ballert hier doch noch, oder? Sonst nur so vor. Ach, da sind die. Ach, da sind die. Mensch, sag doch was. Habt ihr gedacht, ich hätte die gesehen, ne? Ah. Ja, Mann. Aua, 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 aua. Gut, dass die anderen da sind. Das Kanonenfutter. Voll gemein. Ist gesessen? Ist sicher. Oh, nein. Hm, hm. Du. Komm schon! Ja. Ja. Ach, da unten wird geballert. Gut, 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 gut. Können wir noch ein bisschen nachladen. Hm, hm, hm. So, wo müssen wir denn, äh, weiter? Zunächst einmal speichern. Wichtig. Wichtig. Ich bin schon wieder blind. Werden jetzt? Willst du mich verarschen? War es immer noch nicht. Ach so, ach so. Ah, da. Dose Ravioli geht. Geht auch. Das lasse ich nicht zu. Ich wollte eigentlich nur die Waffe wechseln. Ja. Er ist aber nur ein Transporter, oder? Naja. Ich hab meine Brille so schön geputzt. Bleib stehen. Noch mehr? Ja. Kollege. Kollege. Ja, inklusive mir. Das ist das Problem. Das ist das Schlimme. Komm ich eigentlich da rum? War nicht. Oh, jetzt hier offen. Okay. Das hätte man ja, das hätte man ja auch einfach haben können. Aha. Oho. Kann ich das irgendwie bedienen? Das ist vielleicht auch nicht so ein Wort. Meisig. Ist vielleicht auch nicht so ein Wort. Aha. Was ist passiert? Was ist passiert? Gut. Jetzt wartet doch mal, bis sie hier sind. Sind wir so voreilig. Und dann sterben sie, weißt du? Das hat ja, das hat ja überhaupt nichts gebracht. Das war ja nichts. Hä? Wollte mal gucken, ob's geht. Geht. Geht schon. Ah, das mit den Knöpfen, das kenne ich prinzipiell. Das Prinzip ist mir ein Begriff. Oh, Vorsicht. Leute, Leute, Leute. Eigentlich nicht die richtige Waffe. So. Haben wir es jetzt bald? Haben die sich bald mal ausgeschissen? Meine Fresse. Ah, noch mehr. Jesus. Immer noch nicht. Boah, was mit Präzision. Ah. Jawohl. Immer noch. Ja, ich auch. Das ist, das ist nicht die richtige Antwort. Muss nachladen. Ja, ich auch. Äh. Okay. Geh mal nach vorn. Mir doch egal. YOLO. Scheiße, zu viele. Oh, oh. Feindliche Gegner. Freundliche Gegner sind das. Mann, liegen hier viele von den Nipsis. Ei, 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 ei. Das war aber auch. Meine Fresse. So, also. Sehe ich das richtig? Hier geht es nicht durch. Das ist schade. Das ist leicht schade. Hätte man da irgendeinen Knopf drücken können? Das sind die freundlichen Gegner. Ja, ja. Eigentlich freundlichen. Freundlich gesinnten. Aber, ja. Trotzdem irgendwie, irgendwie machen die das nicht richtig. Boah, was? Hier. Wenn der Drücker abgeschaltet und das Tor offen ist, können wir hier Leute durchbringen. Die Combine werden das spüren. Wir haben auf dem Platz eine Kiste Raketen verloren. Wenn du es dorthin schaffst, hast du alles, was du gegen diese Strider brauchst. Los jetzt alle. Gut. Klingt gut. Sorry, Doc. Na dann, geht weg. Macht Platz für den Doc. Ah, ja. Also hier war ich auch noch. Hier war ich auch noch, als ich das irgendwann mal gespielt habe. Hm, hm, hm. Strider. Hm, hm. Böse, böse. Das war überhaupt nicht der, der Platz, wo ich, äh, festhing. Wo wir da vorhin waren. Hier habe ich irgendwie lang gebraucht, um zu checken, wo man durch muss. Da hat man eben ab, ob der sich verpieselt. Ob der sich wohl irgendwann mal verpieselt? Ja, 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 ja. Gut, gut, gut. Speichern. Weiter. Gucken, was passiert. Da ist das ein, derselbe Platz. Das sieht jetzt nur ein bisschen anders aus. Uh, die hauen richtig rein. Uh, die hauen richtig rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu voreidig war. Da muss man nämlich weiter. Ei, ei, ei. Uh, das war schlimm. Ei, 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 ei. Ah, soll ich hier mal speichern? Könnte einem auch irgendwann zum Verhängnis werden. Au. Hm. Shoot. Wirklich, wirklich der Platz, wo wir vorhin waren, oder? Ah. Hier weiter? Ah. Hm. Mehr kaputt. Ja. Ne, hier waren wir eben. Huch. Suddenly stride up. Ne, das war's nicht. Ich guck mich erst mal um. Wenn ich sterbe, egal. Ah, hier. Ah. Gut, 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 gut. Ich könnte theoretisch. Ich glaub nur nicht, dass es was bringt. Und hier ist halt noch ein Raketenwerfer, aber... Na ja, ne? Ich bin mir gar nicht so sicher, ob's gut ist, Aufmerksamkeit auf uns zu lenken. Hm. Ei, ei, ei. Ja, mal gucken. Ah, schau an. Ach, was. Ach, guck. So, so. Machen wir schon mal ein bisschen Aua. Ja, jetzt brauchen wir aber noch einen. Ist hier noch einer? Nicht, ne? Schade. Oh, der denn da. Äh. Äh. Ist noch einer. Schön. Scheiße. Schön scheiße. Ah. Oh. Bedauert bisschen mehr den Ochi. Dankeschön. Sehr freundlich. Boah. Mann, die hauen aber rein. Ham. Ich probier's trotzdem nochmal, weißt du? Mir doch egal. Speichern. Der hat mich da echt einfach rausgeschossen. Ach, von... Ach, da. Ach so. Ja, Mensch. Da, 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 da. Haben will. Haben will. Ja, sehr gut. Danke, 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 danke. Oh, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's los. Oh, jetzt geht's ab. Oh, jetzt geht's los. Ist das der, den wir schon getroffen haben vorhin? Wer hat der? Komm schon. Das kitzelt die bestimmt nur ein bisschen. Das ist gar kein Problem. Nee, nee. Diese Geräusche. Irgendwie ist das süß. Das war das Haus. Ah, da oben ist auch einer von uns cool. Deswegen ist er auch so schön abgelenkt. Ist guuut. Wie ist er? Wie ist er? Wie ist er? Ja, Mann. Okay, da ist auch noch der zweite. Oder der dritte. Ja. Doch, doch. Doch, doch. Genau so. So wird das nämlich gemacht. Tut mir leid, aber man muss denen halt auch ihre Grenzen aufzeigen. Ansonsten zerstören die ganze Stadt. Da ist ja immer noch einer verflucht. Mub, mub, mub. Na gut, ein bisschen süß ist schon. Die hatten ihren Spaß, ja, 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 sieht man hier in der Umgebung. Au. Hey, der hat sich geduckt. Habt ihr das gesehen? Der lernt dazu. Scheiß KI. Äh, war's das? Äh, war's das? Ja, mach das. Ich komm mit. Oh, oh, oh. Kommt da wieder was von oben? Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Hä? War das meine Rakete? Die Amok gelaufen ist. Buh, genau. Yo, wir haben ein bisschen gelitten, aber ich probier's trotzdem mal mit ner Speicherung. Uff. So. Und jetzt? Ist hier noch was? Nö. Natürlich nicht. War da nicht noch mit? Au. Dachte ich auch, aber... Ich komm hier nicht durch. Dachte ich auch, aber... Doch, du hast recht. Doch, du hast recht. Ich hab zwar eben geguckt, aber es hat sich hinter der Kiste versteckt. Da, ganz hinten. Oh, und ich hab kein Ding, sie. Oh. No. Wo ist er? Wo ist er hin? Da ist er hin? Nope. Die Night. Ach, weißt du was? Ich glaub, ich hab noch nicht mal was getroffen, oder? Ich weiß gar nicht, ob das so effizient ist. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Schatz. Ah, la, 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 la. Okay. Ähm. Hol ich mir auch. Hol ich mir auch. Aber hallo. So, yeah. Yay. Hallo. Wollt grad Bunnyhopping machen. Hat nicht so gut funktioniert. Ah. Wieder ein bisschen Ruhe. Sehr gut. Hä? Ich muss auch so ein Autochen nehmen. Hör doch mal eine nette Abwechslung. Oh, wo ist das denn hier? Ach. Ach, guck. Ach, guck. Ja, sehr gut. Ähm. Frage. Ist das hier nun Special, oder geht's hier... Nee, hier nicht. War das denn hier? Ach, hier geht's gar nicht weiter. Das war gar nicht so Special. Hm. 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 Was knarzt hier so rum? Ich dachte, jetzt bricht die Decke zusammen. Hallo. Ah. Tunnels. Kann es sein, dass wir irgendwie so langsam wieder den ganzen Weg zurückgehen, oder so? Mir auch irgendwie bekannt vor, hier. Ich hätte echt gern... Ah, Sniper Moon. Ein so... Ein... Ein so ein Ding, sieh hier. Ein so ein Dude. Hm. Ja, ja. Und flauscht die mich gleich, dann umarmt die mich gleich, die Decke. Das ist vielleicht auch nicht das, was ich mir wünschen würde. Hm. Dieser Tunnel ist viel zu groß. Der ist viel zu groß. Und hier ist es viel zu ruhig. Und wo sind denn alle? Oh. Ah. Oh. Blutverlust. Fettbestimmt. Medizinische Versorgung. Huch. Ja, genau. Danke. Danke für nichts. Wo ist er denn? Oh, nee. Ach, hör auf. Ach, nee. Du Arsch. Fuck, 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 fuck. Können wir nicht ein bisschen Ruhe haben? Mann. Bin fast tot, ne? Ich bin halt fast tot. Shit, 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 shit. Wo ist er? Ja. Weg! Äh, ich speicher trotzdem mal, weil es so schön ist. Äh, 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 äh. Ich hab echt auf den Schatten geschossen. Ich glaub, ich spinne. Oi, 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 oi. Leute. Leute, beruhigt euch. Leute. Freunde. Freunde. Ich glaub, die haben sich selbst weggemacht. Freunde. Oh. Echt, jetzt. Hab' aber nicht wehgetan, ne? Okay. Ich trau' hier niemandem. Uh. Stimmt. Entgang zum, zum Fotoladen. Äh, Fotobooth. Kann man sich sparen, ne? Ist richtig. Verbiess dich. Ich hab' auch was gesehen. Oder? Äh, doch nicht. Oh, oh. Ja. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Gemein. Gehen. Oh, kacke. Ich bin sowas von tot. Boah. Ist das gefährlich hier. Boah. Ist das gefährlich hier. Ist das gefährlich. Hier muss es irgendwo Moon geben. Oh. Moon, Moon. Ey. Aha. So. Gespeichert hab' ich. Ne. Entweder da weiter nach oben. Na, bestimmt nicht nach unten. Da war ich doch eben, oder? Hier vielleicht. Oh, schon wieder da. Oh, shit. Mist. So hat's nicht gut funktioniert. Gute Nacht, Gandalf. Hast du denn genug Punkte gesammelt? Bist du denn zufrieden mit deiner Ausbeute? Gute Nacht und Schlafwein. Träumen etwas sehr schönes, aber nicht von den Kombinen. Das haben die gar nicht verdient. Die Ärsche. Wo sind wir jetzt schon wieder? Ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich könnte da weiter. Ich, äh, schau mal eben. Schau mal eben. Verdammt. Richtig. Richtig, richtig. So ist es recht. Ich geh mal hier runter. Ach, was soll schon passieren? Ah. Ich hätte jetzt halt gegen den Strider... Ach, vielleicht kommt's ja noch. Vielleicht werden wir ja noch mit dem Strider kämpfen müssen. Freeman, da herrscht das reinste Chaos. Hier bei der Zitadelle haben sie die Straße den Stridern überlassen. Wenn wir zur Anhöhe gelangen, können wir sie zurückschlagen. Wir sind schon fast an der Zitadelle. Keine Ahnung, wie wir da rein sollen, aber... Du bist schon so weit gekommen. Dir wird sicher was einfallen. Na, das wird sich zeigen. Ja. Wenn das jetzt ein und derselbe ist, den wir da eben gesehen haben, dann hätten wir den eben wahrscheinlich ein bisschen einfacher erledigen können. Hallo? Ich häng fest. Ja, mach mal. Ich bleib das ja nicht zu nah an uns dran. Ich hab das Gefühl, wir sind so ein kleiner Gefahrenmagnet. Wie der Ori. Nur eben Ori. Da war irgendwo... Ah. Oh, Kollegen. Ist hier noch was? Ein bisschen. Dramatische Musikspannungsbogen wird aufgebaut. Oben gehalten. Der ist eigentlich schon da. Wow, wow, wow. Ja. So, hier kommen wir aber nirgends weiter, oder? Ja. Ich vermute fast, dass... Äh... Das nicht. Aua. Uh. Dieses Geräusch. Ja, stride mal weiter. Das ist ne gute Idee. Das ist ne gute Idee. Und jetzt? Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, das ist nicht gut. Ah, ah, ah. Uh. Die nicht gegeneinander kämpfen. Ein bisschen. Oh, oh, shit. Die Nate. Oh, die Nate. Oh. Oh, so cool. So cool. Ne, 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 ne. Ich bin gar nicht da. Ne, 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 ne. Ah, 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 boah, der sucht. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste er sich jetzt so ducken und hier reingucken. Das hat er gemacht. Ja, ja, ja. Einfach weitergehen. Hier gibt's nichts zu sehen. Ich hab nur das Gefühl, er wird nicht locker lassen. Genau. Wenn er jetzt nochmal nach rechts geht. Probe ich mal, ob ich weiter nach links komme. Oh, oder hier. Ah, so. Ah, so. Kaffee, ähm. Oh, Tick. Au. Alles erwischt habe. muss reichen. Nimm den Tisch! Oh, scheiße. Nimm das. Wow, ja, ja, was denkst du denn? Schlecht. Oh, kacke. Ja, klar, die Tür hält. Ja, von wegen. Sollte er eigentlich neu laden. Mal eben gucken, ob ich hier weiterkomme. Ah, tatsächlich. Das tat eigentlich zu sehr weh. Das... Was ist das? Was ist das für ein Geräusch? Das war echt so... Könnte aus... Könnte aus dem Film sein. Widerstand am Ankel fehlt. Uuuuh. Da. Ha, ha, ha. Oh, ja. Wir werden sterben. Zu reich beschenkt. Oh, Kollege. Hey, da ist Freeman. Folgen wir dir. Flick dich zusammen. Folgen wir. Folgen wir. Ich mag das. Die sind immer so freundlich. Die sind immer so freundlich, wenn die uns sehen. Aber, die bauen auch immer so einen Druck auf. Sag mal, hier bin ich... Hier bin ich reingekommen, oder? Bin ich reingekommen. Einer ist weg. Folgen wir Freeman tot. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das ist hier eine ganz dumme Stelle. Das ist so fies. Jesus. Ja, denkste. Vorsicht. Das ist hier so eine dumme Position. Oh, tut mir leid. Das ist der Clip-Link gelöscht wurde. Ja, ich weiß. Ich muss die mal whitelisten. Dürfen wir jetzt? Oh, echt? Nun alle. Kann doch nicht sein. Wir haben doch alle diese Waffe hier. Gibt er noch was? Nee. Tatsächlich die andere. Na gut. Hubschrauber? Nein. Keine gute Idee. Mag ich nicht. Nichts, ihr seht mich gar nicht. Ich hab jetzt gerade gespeichert. Ich hab genau in dem Moment gespeichert. Jetzt bin ich irgendwie anders weggeflogen. Oh, das ist nicht gut. Oh, wie mach ich das denn? Oh, kacke. Ich hab ganz dumm gespeichert. Oh, ich hab ganz dumm gespeichert. Das war ein Leiche. Mir juckt die Nase. Oh, mir juckt so die Nase. Scheiße. Ich glaub übrigens, das ist so ziemlich nah an der Stelle, wo ich aufgegeben hab. Also, was ist aufgegeben? Wo ich keinen Bock mehr hatte. Sag mal, ich hab hier aber nicht noch irgendwie das vorletzte Ding, oder? Automatisch speichern, schnell speichern, schnell speichern. Äh, doch. Vielleicht die hier? Oh, das wär gut. Oh, das ist gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Genau, jetzt macht's... Bumm. Oh, fuck. Oh, Gott. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Depleted. No. Ah, komm her. Was ist Potterhead? Was? Bist du der... Bist du dieser Goat? Oh, das ist einer von uns. Au. Ich hasse. Ah, und dann geht's weiter, oder? Ja. Wurde hier wieder was aufgemacht. Ah. Ja, da denkste. Denkste dir so. Stöhnt Bauchschuss. Hier ist ein Medikit. Achso, ich dachte, ich bin... Ich find's immer so enttäuschend, wenn die sagen... Wenn die sagen, Medikit und ich krieg's nicht. Ich mein, ich hatte jetzt voll, aber egal. Ich will's trotzdem. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Es ist vollkommen aussichtslos hier. Ja, ja. Wo ist er? Da. Hui. Nein. Nein, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder Gegner. Wer hätte denn damit rechnen können? Oh, was ist denn hier? Da, 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 da. Gib mir das. 100, 100. Ey. Dass ich das hier nochmal erleben darf. Wer hätte denn das gedacht? Aha. Oh, 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 hallo. Ja. Ich probier nochmal aufzuladen. Es ist Freeman. Ohne mich geht's nirgends hin. Nice. And I see you. Und ich hab schon wieder gelitten. Wir haben schon wieder alle gelitten. Diese Tür ist nicht sehr sinnvoll. Aha. Verstehe. Aha. Aha. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ach, halt die Klappe. Nimm dir einen Raketenwerfer, wenn du helfen willst. Und mach. Oh, das... Das überleben wir nicht. Der auch noch. Der auch noch. Das wäre hier nicht schon alles schlimm genug. Oh, nein. Ich bin runtergefallen. Ist das jetzt schlimm? Wie komme ich da wieder hoch? Hier, oder? Ähm... Ne, ich bin wieder am Anfang. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Komm, ich probier's mal. Das ist nicht gut. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut. Komm, 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 komm. Ach, weißt du was? Naja, aber ich brauch die hier. Die da. Ja, was soll ich zuerst machen? Was soll ich zuerst machen, ey? Wird weg. Hier. Universal Crowbar, ey. Das kann nur Freeman. Bitte, uns ist auch noch einer, oder? Ja. Ist richtig mies hier. Alter, ist richtig mies. Ist richtig mies. Boah. Oh, Leute. Bei dem Kampf bin ich mir übrigens nicht sicher, ob ich den noch gemacht hab. Ob ich den gesehen hab. Das weiß ich nicht. Oder ob ich hier in den Häuser schluchten schon keinen Bock mehr hatte. Kann ich nicht genau sagen. Fuck. Fuck. Tot. Heftig, heftig. Boah. Hört doch mal auf zu... Hört doch einen Moment mal auf zu schießen. Sind die ätzend. Gott, sind die ätzend. Meine Fresse. Das hab ich schon mehrfach gesagt. Ich hasse es, wenn Gegner einfach... Einfach nicht mehr aufhören. Permanent ballern. Das ist so... Uh. Da werd ich ein kleines bisschen nervös. Wie? Schon wieder leer? Wo ist er? Wo ist er hin? Da. Na, natürlich. Ausgerechnet. Boah, geh weg. Na, danke. War doch nicht. Jetzt nicht stehen. Zwei runter. Hm. Scheiße. Nein. Och, come on. Ich muss übrigens wieder von vorne anfangen, weil ich jetzt tot bin. Ha, 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 Frauen gold. Ja, ha. Ja, ha. Richtig. War jetzt nach jedem Treffer eine Speicherung, wenn wir irgendwie nicht allzu tot sind. Geh weg. Na. Ja, das ist schlecht. Hinter mir, vor dir, überall. Ah. 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 Fangen wir dem Tode nahe. Räuchte eigentlich Health. Da ist der Health-Boot. Ah, der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Der ist weg. Ich trau mich kaum zu speichern. Und wir echt wenig haben. Aber zur Not müsste ich mal nach unten. Und. Ja, da komm, mach halt. Hier, nimm das Medikin. Ja, nimm. Gib. Oh, Gott. Er hat auch einen Raketenwerfer. Interessant. Ach, mein Bein. Vorsicht. Da muss er sein, ja. Scheiße. Nochmal. Ich komme mit. Oh, fuck. Komm schon! Das ist tot. Das ist tot. Oh je, oh je, oh je. Es kommt noch jemand zum Ablenken da. Oh, der ist weg. So, der ist weg. Ich speichere mal. Da sind aber auch noch welche. Das war der. Danke. Erwischt. Oh. 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 Hast noch ein bisschen Health. Hier, nimm das Medikin. Oh, danke, danke. Ey, das funktioniert ja. Geh zum Pferd. Ja, ich glaub's auch. Ich hab das Pferd gesehen. Irgendwo da, da, da war's. Oh. Wir können erstmal versuchen, ein bisschen zu sammeln, ja. Uns zu sammeln. Ja, ist noch ein bisschen da. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Puh. Ja, nice. Muss das sein. Oh, ich bleib jetzt hier in der Ecke sitzen und weine erstmal ne Runde. Ja. Ohne mich geht's nirgends hin. Das meint ihr wohl. Speichern. So, und das ist eine ausgezeichnete, äh, Stelle, um wieder einen kleinen Episoden-Cut zu machen. Dann machen wir im Stream, würde ich sagen, mal vier, fünf Minuten Pause. Ich lüfte hier mal ein bisschen durch und dann machen wir noch eine Folge, wenn ihr möchtet. Aber in der Aufnahme erstmal für diese Folge, vielen Dank fürs Durchhalten. Passiert ihr bald was? Ja, gleich, Kollege, gleich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht es gut und tschüss.